Hallo meine lieben YouTuber, in diesem Video was ganz Neues von mir und zwar das erste Mal nehme ich zusammen mit einem Freund Petro gemeinsam ein Video auf, in dem es um Hardware-Empfehlungen geht und zwar um aktuelle Hardware-Entwicklungen und Empfehlungen im Februar 2021. Wir sind geplagt von der Corona-Katastrophe, Pandemien sozusagen und zusätzlich auch noch von der Mining-Explosion. Der Bitcoin ist ins Unermessliche derzeit gestiegen, vielleicht steigt er noch weiter, derzeit liegt er bei knapp 38.000 Dollar und ja, es schaut schlecht aus in Bezug auf Hardware. Viele fragen mich immer wieder, wie sieht es aus in der Hardware-Branche, wo kriegt man jetzt gute PC-Teile her, die noch zu einem halbwegs vernünftigen Preis sind. De facto, auf das gehen wir alles ein, wir schauen uns verschiedene PC-Klassen an und das machen wir dann auch auf einem neuen YouTube-Channel, den wir Pyrex nennen, nämlich Pietro X René sozusagen und ich stelle euch das Video jetzt einmal hier vor und wenn ihr euch unseren neuen Kanal dann auch folgen wollt, schaut einfach in die Beschreibung unten hinein und schaut dann auf unseren neuen Kanal hinein. Dort haben wir auch schon vorbereitet, dass wir einen ganzen PC zusammenbauen. Ich habe mir jetzt einen Home-Server gekauft, beziehungsweise die Teile dafür und Pietro wird das Ganze für mich zusammenbauen. Dazu erklärt er auch im Detail genau, wie man sowas zusammenbaut, auf was man achten muss und wir sind jetzt auch ganz gespannt darauf, wie sich dieses neue Projekt für uns anfühlt. Schaut euch dieses Video jetzt hier an, das ist etwas länger geworden. Wir nehmen uns Zeit, sprechen ein bisschen über Hardware, einfach so ein bisschen Smalltalk, nichts Großartiges, wo man jetzt drüber nachdenken muss. Gerne könnt ihr euch in der Diskussion, in den Kommentaren beteiligen, entweder hier in diesem Video und natürlich auch auf dem neuen Kanal, der ebenfalls verlinkt wird zu diesem Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt und uns auch Feedback dazu gibt. Jetzt aber viel Spaß mit unserem Video zu der PC-Empfehlung im Februar 2021. Heute kommen wir zur Empfehlung der PC-Hardware im Februar 2021. Wir schauen uns an, welche Empfehlungen man diesmal abgeben kann für die Einstiegsklassen, Mittelklasse, Oberklasse und auch die High-End-Klasse. In diesem Monat bzw. in den letzten Monaten ganz besonders speziell immer die Knappheit an CPUs und Grafikkarten. Man findet derzeit noch immer sehr schwer passende CPUs zu einem halbwegs akzeptablen Preis als auch Grafikkarten. Das ist nicht nur bedingt durch Corona, sondern auch durch den massiven Bitcoin-Anstieg, der sich derzeit bei knapp 37.000 Dollar bewegt, ein Bitcoin. Und dadurch ist es auch etwas schwerer, die PC-Hardware anzugeben, die man gerne hätte bzw. die Leistung, die man benötigt. Das war dann so, dass wir im letzten Jahr im Sommer bessere Hardware bekommen hat zum selben Preis bzw. mehr Leistung für den Preis, den man bezahlen muss. Wir beginnen dann gleich mit der Einstiegsklasse. Neben mir werden wir zusammen mit Pedro und ich gemeinsam das Ganze durchgehen. Wir schauen uns an, welche Hardware-Voraussetzungen man braucht für manche Spiele. Da kennst dich du etwas besser aus als ich. Ja, das würde ich mal so nicht anzweifeln. Also wir können da auf die wichtigsten Spiele gerne drauf eingehen auch. Im Prinzip sollten wir das Ganze nicht zu lange haben, sondern wir wollen das einfach zügig durchgehen, um zu schauen, was hier diesen Monat aktuell ist. Das Ganze findet ihr dann auch in meinem Blog-Beitrag, wo ich das Ganze auch updaten werde und wir das dann eventuell auch monatlich dann releasen werden. Beginnen wir einfach gleich mal mit der Einstiegsklasse. PC-Hardware bis 400 Euro. Du hast ja die Liste auch durchgesehen, das heißt, du hast hier deine Empfehlungen mit eingebaut, mit meinen gepaart und schauen wir mal, was wir da haben. Zuallererst haben wir ein ganz günstiges Gehäuse, natürlich in der PC-Preisklasse bis 30 Euro. Das Intertech-Gehäuse bietet halbwegs ausreichend Platz. Ich werde das Gehäuse auch einblenden im Video, sodass wir es sehen können, aber es hat halt keine sonderlichen Extras und Features, die man jetzt unbedingt erwarten müsste. Also es ist halt einfach nur ein PC-Gehäuse. Man möchte da gerade auch extra darauf hinweisen, dass dieser PC jetzt eher dafür gedacht ist, um Office-Arbeiten zu machen, kleinere Tätigkeiten, etwas ältere Games. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass ich da ein neues Genshin Impact spielen könnte, aber zumindest alte Sieler Games lassen sich abspielen. Dadurch, dass wir hier auch keine Grafikkarte eingebaut haben, würde ich eher auch davon ausgehen, dass man es hauptsächlich für Office-Anwendungen verwendet. Ja, deshalb auch der Ryzen 5 Prozessor mit der integrierten Grafikkarte, der 3400G, bietet hier auch meiner Meinung nach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich für meinen Teil habe mir so einen ähnlichen PC zusammengebaut als Home-Server. Deshalb habe ich auch die Empfehlung abgegeben mit 16 GB RAM. Mag vielleicht überdimensioniert sein. Könnte sein, dass 8 GB heutzutage auch noch ausreichen, aber im Prinzip hätte ich da gesagt, da müsste man das eher in RAM investieren als in der CPU, weil eine andere CPU in derselben Preisklasse, wenn wir sagen, 40 Euro mehr, gibt es in der Form nicht, weil die anderen GPUs kosten dann derzeit aktuellen Stand doch wesentlich mehr. Dadurch habe ich versucht, den Preisrahmen noch einzuhalten und habe auch mehr RAM hinzugefügt. Und gerade wenn man das als Home-Server betreiben will und vielleicht auch Virtualisierung darauf betreiben will, ist RAM unumgänglich eigentlich. Ja, wie gesagt, auch da ist es recht praktisch, dass man solche Sachen leicht updaten kann. Gerade Grafikkarte zusätzlich, bestimmter Kühler kann man nachträglich noch umbauen und auch den Arbeitsspeicher, wenn man jetzt sagt, man braucht doch mehr. Ich würde eher da klein anfangen mit 8 GB Dual Channel und kann das Ganze immer noch auf Quad-Channel updaten, wenn ich jetzt sage, ich kaufe dann das Pack noch einmal, wenn ich doch nicht zufrieden bin damit. Preis-Leistung sollte da nicht so heftig sein. Es kommt immer darauf an, mit wie viel man einsteigen möchte. 400 Euro ist schon ein guter Wert, wenn ich schon 16 GB habe, lasse ich es auch drinnen. Wenn man aber sagt, man möchte auch da noch ein bisschen sparen, dann würde ich da auch schon mal auf die 8 GB greifen. Das Problem, was man dann hat, du hast dann zwei 4 GB Module, kannst maximal vier Module einbauen und so hast du quasi gleich von Haus aus 8 GB Module und kannst dann leicht auf 32 GB updaten, sodass man dann vier gleiche Module auch einsetzen kann. Und zwei 4er Module sind heutzutage eigentlich jetzt nicht mehr viel wert und ich glaube, das sollte der Aufpreis doch einem Wert sein im Prinzip. Und hier gibt es natürlich vielleicht auch noch etwas günstigere RAMs als die 80 Euro, die wir hier anschlagen. Das sind nämlich die Corsair RAMs, LPX 16 GB mit 3200 MHz. Kann man natürlich auch geringere MHz Anzahl auch setzen und spart sich da vielleicht nochmal den 10er, 10 Euro, vielleicht 15 Euro, kann man sich da auch noch einsparen, je nachdem, wie knapp das Budget wirklich bemessen ist. Schauen wir weiter einfach. Mainboard habe ich hier angegeben, ein Micro ATX Mainboard, ein kleines Mainboard von MSI. Das war einfach von Preis-Leistung her da wirklich passend. Das A520MA Pro, das ist im Prinzip jetzt kein besonderes Mainboard, sondern einfach nur das, was man für die Einstiegsklasse erwarten würde oder benötigt, einfach um ein stabiles System zu haben. Bist du mit dem Mainboard soweit einverstanden? Ich glaube, da gibt es spricht jetzt nicht... Gerade beim Mainboard kann man nicht viel sagen. Der Preis passt in dem Fall und man kann Mainboard-seitig nicht viel falsch machen. In der Einstiegsklasse schaut man dann hauptsächlich ja natürlich auf den Preis und wenn das ein namhaftes Mainboard ist, es gibt kaum nicht namhafte Mainboards, bei uns zumindest in China sieht das Ganze natürlich anders aus. Allerdings bei uns, was hier rüberkommt, kann man eigentlich alles, was irgendwie passend ist von der CPU her nehmen, wenn man da wirklich nur einen Preis schauen muss. Auch hier ist ein MSI eines der besseren Geräte und dementsprechend passt das Mainboard soweit. Ich glaube auch, ja. Also Grafikkarte gibt es hier in dem Falle keine. Die nutzen wir die Integrierte der CPU. Oder was ich generell jetzt derzeit empfehlen würde, wenn eine Grafikkarte jemand zu Hause hat, noch einen alten bzw. will das upgraden, soll er die alte noch so lange mit sich mitnehmen, bis die Verfügbarkeit wieder gegeben ist. Denn derzeit, wie der Markt hergibt, eine halbwegs vernünftige Grafikkarte unter 500 Euro, ist nicht zu bekommen. Die gibt es dann wahrscheinlich in ein paar Monaten um 200 Euro oder 250 Euro. Also alles, was man derzeit an Grafikkarten kriegt, zahlt man fast das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache. Gut, weiter geht's. Festplatte. Habe ich hier genommen eine Gigabyte NVMe-Festplatte mit 256 Gigabyte Speicher. NVMe deshalb, weil das derzeit zu dem aktuellen Standard gehört, läuft über PCI Express und ist natürlich von der Leser- und Schreiberate her meistens weitaus performanter als alle anderen über SATA angebundenen Festplatten. Der Preisersparnis gegenüber einer SATA-Festplatte wäre vielleicht 5 bis maximal 10 Euro bei selben Gigabyte Anzahl und das relativiert sich in meinem Fall. Also ich sage dir, das braucht man keine SATA-Festplatte einbauen, man spart sich auch die ganzen Kabeln im Gehäuse und wäre eine zusätzliche Fehlerquelle. So hat man alles auf einem Mainboard im Prinzip. Genau, man kann auch diese Einzelteile jederzeit austauschen. Eine Festplatte lässt sich leicht upgraden. Dazu kommt, dass man auch zusätzlich Festplatten anschließen kann, wenn man jetzt sagt, man ist mit den 256 nicht zufrieden. Es würde aber auch für das Betriebssystem alleine schon sehr gut reichen. Das heißt, eine 256 plus eine Alternative nachträglich kann man alles aufrüsten, wenn man dann doch irgendwann mal investieren möchte. Gerade für Office-Tätigkeiten ist die NVNE am besten geeignet, weil die Programme natürlich schneller aufgeben, das Betriebssystem schneller lädt. Das sind alles Sachen, die man dann dementsprechend für Office-Tätigkeiten auch geben kann. Ja, die Zugriffszeiten sind natürlich auch wesentlich kürzer als bei SATA. Busanschlüsse über PCI Express ist es eben direkt auch an die CPU angebunden und schlägt hier derzeit mit 35 Euro jetzt nicht grob ins Gewicht eigentlich. Netzteilmäßig gibt es natürlich immer Nonem-Netzteile auch, die man dann vielleicht ab 20 oder 25 Euro auch bekommt. Ich bin kein Fan von Nonem-Netzteilen, weil es hier wirklich auch um Strom und Spannung geht. Und da sollte man sich wirklich überlegen, ob man da hier nicht wirklich ein Netzteil nimmt, wo zumindest eine Marke dahinter steht, die auch Garantie wirklich geben dafür. Und dann braucht man nicht wirklich auf so ein günstiges Netzteil setzen. Natürlich interessant wäre es, wenn man die 80 plus Netzteile hernimmt, auch wenn es jetzt nur die geringen Werte sind, so wie 80 plus Silber oder White gibt es ja auch. Weil hier spart man dann auch im längeren Runtime auch Stromkosten ein, weil die ganz günstigsten Netzteile arbeiten natürlich wesentlich ineffizienter. Ja, und man bekommt gute Markenprodukte auch schon für einen normalen Preis. Gerade zum Beispiel das Thermaltake für 45 Euro lässt sich gut bewerten. Wir haben auch natürlich Höherwertige mit 650 Watt, die auch so um die 50 Euro liegen. Also gerade die bekannten Namen würde ich eher nehmen als irgendein Nonem-Gerät, das vielleicht um 5 Euro weniger kostet, aber dementsprechend dann nach einem Jahr vielleicht kaputt geht. Genau, ja. Gut, CPU-Kühler, Boxed CPU-Kühler beinhaltet. Es ist so, dass man bekommt zwei Arten von CPUs. Man bekommt die Boxed und die reinen Tray-CPUs. Bei den Tray bekommt man nur die Platine. Das bedeutet, man hat keinen Kühler, nichts dabei. Und bei den Boxed hat man wirklich eine komplette Schachtung, wo man dann halt auch einen vorgefertigten Kühler, der aktuell für die CPUs auch vorgefertigt ist. Das bedeutet, man kann sie verwenden. Und solange man nicht anfängt, irgendwelche höherwertigen Games zu spielen, ist es auch kein Problem, wenn man einen Boxed-Kühler hat. Denke ich auch, ja. Meine persönliche Meinung war eben zu diesem Bild, dass man das so weit uneingeschränkt empfehlen kann, weil es jetzt nicht zu überteuertes ist. Und auch wenn die RAM-Preise ein bisschen teurer geworden sind im Vergleich zu den letzten Monaten, hält sich das noch sehr in Grenzen. Und man kann das jetzt eigentlich so bedingungslos noch empfehlen, ja. Ganz anders sieht es jetzt dann aus, wenn wir zur Mittelklasse. PC-Hardware wechseln bis 800 Euro. Hier natürlich auch wieder ein PC-Gehäuse, was sich relativ in günstigen Rahmen befindet, sodass wir noch möglichst viel Geld übrig haben für die restlichen Peripherieteile. Im Prinzip bin ich ja eigentlich ein Fan von etwas höherwertigen Gehäuse. Und das Sharkoon, ich habe auch eins zu Hause im Einsatz, fühlt sich auch sehr hochwertig an, zu einem recht günstigen Preis. Hier hat man auch ein Gehäuse mit RGB-Kühlern dabei, das sich im Preisrahmen bei circa 40 Euro bewegt. Aber hier kann man auch immer wieder zum Beispiel bei Amazon irgendwelche Schnäppchen ergattern, wo man dann auch andere Gehäuse, die normal 70, 80 Euro kosten, dann im Dealsday dann so um die 40 bis 50 Euro kriegt. Da muss man sich ein bisschen, je nachdem wie man sich Zeit nehmen will, das Ganze ansehen. Ich würde allgemein auch immer bei einem neuen PC, wenn ich jetzt einzelne Komponenten kaufe, auch immer darauf achten, dass ich nicht direkt das erstbeste Modell kaufe und nicht alles gleichzeitig, sondern schaue, dass ich vielleicht über eine Woche hinweg einmal die Preise ein bisschen vergleiche und dann wirklich das kaufe, was ich sowieso möchte, in einem besseren Preisverhältnis. Gerade wenn du jetzt einen neuen PC baust, wenn wir uns ehrlich sind, planst du das sowieso anhand des Geldes mal vor und dann schaust du dir die Komponenten an und wenn du sie dann kaufst, geht in der Zeit sowieso ein bisschen Zeit verloren. Da kann man dann sicher auch die Zeit nutzen, um immer zu schauen, wann gerade ein Angebot ist und dann vielleicht gerade dazu zu schlagen. Ich habe noch heute gesehen, es gab zufälligerweise von Amazon Angebote von MSI-Gehäuse. Das hört man auch relativ selten, aber MSI hat auch eigene Gehäuse drin. Die auch für Ryzen mehr oder weniger optimiert sind, quasi ein Big Tower, wo dann ganz quer der Länge nach oben steht AMD Ryzen. Das schaut richtig cool aus und im Angebot waren die jetzt für knapp 50 Euro, kosten normalerweise um die 70 bis 80 Euro. Beim Prozessor, Ryzen 3600, Ryzen 5, mit 6 Kernen, 12 Threads, 3,6 GHz bis 4,2 GHz. Hier jetzt in der Boxed-Variante, man kann natürlich jetzt die Tray-Variante nehmen, allerdings preislich kosten die dasselbe derzeit. Deshalb kann man sich da einen Gratiskühler gleich mit auf die Reservebank legen, sage ich jetzt einmal, und kostet derzeit zwischen 190 und 210 Euro. Ich habe jetzt hier so einen Mittelwert mit 205 Euro genommen, das man natürlich auch nochmal anpassen wird. Gerade bei diesem Bild habe ich auch natürlich dann dementsprechend den BeQuiet Pure Rock 2 dazugenommen, der recht praktisch ist, weil er eine super Kühlleistung bringt und auch im Preis von 42 Euro für einen Kühlblock nicht so dramatisch ausfällt, was aber gerade bei dem Gerät, wenn man jetzt unter diese 800 Euro bleiben möchte, schon von Vorteil sein kann. Wobei 42 Euro für einen Kühler relativ viel ist, wenn man das nimmt, ist es ein Viertel der CPU. Dafür hat man aber dementsprechend mindestens 20 Grad weniger als zu einem Boxed-CPU-Kühler, Entschuldigung, was wirklich viel bringt, wenn der CPU auf Last läuft. Dementsprechend kann das die Lebensdauer des CPUs erhöhen, die Wärmeleitpaste wird nicht so stark abgenutzt und man hat einfach mehr Leistung dahinter. Mir ist es auch immer wichtig, dass die Kühler immer leise sind vor allem und nicht hochlaufen. Ja, ich glaube, das ist auch die Firmenphilosophie, wie der Name auch schon sagt. Gehen wir weiter zum Arbeitsspeicher. Hier haben wir auch denselben Arbeitsspeicher wie im günstigen Bild mit 16 GB RAM, derzeit völlig ausreichend für die meisten Setups und für die meisten Games auch, gerade im Gaming-Bereich kann man das hier getrost zu übernehmen. Es gibt im Gaming-Bereich derzeit nichts, was über 16 GB benötigt. Selbst das beste Call of Duty braucht an die 8 GB und das auch nur dann, wenn es wirklich auf Maximum läuft, auf Maximum Last und dementsprechend sind 16 GB für jede Anwendung ausreichend. Da ist dann mehr entscheidend, wie viel RAM die Grafikkarte hat, welche Grafikkarte das überhaupt ist wahrscheinlich und so. Und was man so nachrecherchiert hat, 3200 MHz bei der Ryzen 3000er-Serie ist so der Sweet-Spot, kann man so sagen, wo man sagen kann, hier hat man die beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich kann man teure RAMs nehmen, aber hier hat man kaum mehr Performance-Vorteile in der Regel. Schauen wir weiter zum Mainboard, dass es nicht zu lange wird. Hier ein SROG-Mainboard mit dem aktuellen B550-Chipset, Phantom Gaming, AC Edition. Das heißt, hier haben wir ein Mainboard auch mit WLAN drauf und mit einigen Gaming-Funktionen, aber im Prinzip jetzt auch ein über-drüber-teures Mainboard. Wobei ich erwähnen muss, bitte nicht über WLAN-Gamen, das ist immer wieder ein Thema. Leute, auch wenn WLAN mittlerweile immer besser wird, fürs Gamen empfehle ich trotzdem immer ein direktes LAN-Kamen. Aber es ist nicht immer möglich, das ist das Problem. Es ist nicht immer möglich, deswegen ist die Option da, wobei es trotzdem zu empfehlen wäre. Genau, ja, also da kann man sich dann auch überlegen, wenn man dann kein WLAN benötigt, ob man das Mainboard ohne WLAN nimmt, dann spart man sich vielleicht nochmal 10 bis 15 Euro. In dem Fall habe ich das mit dem WLAN mit hineingenommen. Grafikkarte, hier kann man derzeit bei der Preis-Leistungs-Setup keine Empfehlung angeben, da es hier keine vernünftigen Preise gibt und keine Grafikkarten, die derzeit überhaupt erhältlich sind zu einem normalen Preis. Das heißt, hier müsste man auf Ebay zurückgreifen oder Amazon-Marktplace-Anbieter. Und das würde ich eben nicht machen, gerade auf Ebay kommt es derzeit sehr oft vor, dass Grafikkarten für einen erschwinglichen Preis angeboten werden. Und im Endeffekt muss man immer die Details lesen, wo dann dabei steht, es wird nur ein Bild versteigert. Kann passieren natürlich. Bitte nicht darauf reinfallen. Oder man kriegt eine Grafikkarte, auf der vielleicht schon monatelang gemeint worden ist und die dann irgendwelche Speicherteffekte eventuell hat. Oder wo die Garantie verloren ist, weil die Hersteller sichern sich dagegen natürlich ab, dass bei Grafikkarten oder Netzteilen, die in Mining-Last sind, und wenn sie das herausfinden können, können sie durchaus die Garantie dann auch verweigern. Garantie ist immer eine freiwillige Sache des Herstellers. Das heißt, die Hersteller müssen auch nicht eine Garantie geben. Bei der Gewährleistung sieht es ganz anders aus. Allerdings gilt die dann nur zwei Jahre, beziehungsweise sechs Monate. Dann fehlt der Umkehrschluss. Man muss dann beweisen, dass das Produkt schon beim Kauf defekt war. Und das kann man dann im Prinzip gar nicht mehr, weil man auch nicht der Erstbesitzer ist. Gut, weiter geht es dann mit der Festplatte. Hier haben wir eine Festplatte, eine Crucial P2-Festplatte mit 500 Gigabyte um 50 Euro. NVMe natürlich bis 2,4 Gigabyte in der Sekunde im Lese- und Schreibebereich. Klassische Festplatte, doppelt so viel Speicher als vorher. Kann man, glaube ich, nichts großartiges sagen. Man kann nichts großartiges sagen. Für das Betriebssystem reicht es vollkommen aus. Ich würde aber da natürlich auch nicht vergessen, dass 500 Gigabyte gerade bei vielen Games schnell voll ist. Wenn ich dieses Gerät kaufe, um wirklich, ich sage mal, mehrere Spiele zu installieren. Aktuell ist es auch nicht so tragisch, wenn man die Spiele gleich wieder löscht und dann neu installiert. Jetzt Steam hat die Möglichkeit recht gut präsentiert, aber natürlich 500 Gigabyte sind schnell billig. Ja, kommt natürlich auch darauf an, wie schnell das Internet ist, ob man das sich wieder antonnen will, neu zu laden. Ganz genau. Die Frage ist, wenn ich ein schnelles Internet habe, ist es kein Problem. Ups. Ist ja wurscht. Machen wir weiter einfach. Ich setze mich nur ganz kurz auf News. Tut mir leid. Das Video. Wie gesagt, das Thema ist natürlich da. Man sollte eine SSD-Platte auch nie ans Maximum kommen lassen, weil je mehr Daten drauf sind, desto langsamer wird auch die Platte. Das ist auch eines der Themen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein langsameres Internet, dann schaue ich doch eher, dass ich gerade bei dem Bereich ein bisschen mehr investiere und zumindest ein Terabyte nehme, damit ich dann wirklich auch meine Ruhe habe, was installierte Spiele anbelangt. Gerade das neue Call of Duty hat mindestens einmal in der Woche ein Update und dieses Update kann schon bis zu 30 Gigabyte haben. Zu dir. Gut, gehen wir weiter zum Netzteil. Hier haben wir ein FK-Netzteil, 600 Watt, 80 Plus Bronze-Netzteil, semimodular, um 70 Euro. Man sieht auch hier, die Netzteilpreise sind auch in den letzten Monaten stark gestiegen, vor allem in der Klasse ab 600 Watt aufwärts. Und hier sind wir dann auch schon bei 70 Euro mit semimodular. Noch eins von den Preis-Leistungs-Hehr mäßig günstigen Netzteilen eigentlich. Der Vorteil von FK ist, ich habe hier schon mehrmals auch Netzteile gehabt, wo ich zum Beispiel Support gebraucht habe oder irgendwie ein Defekt war. Es sollte jetzt nicht heißen, dass die FK-Netzteile von Haus aus öfters defekt sind. Allerdings hat man hier fünf Jahre Garantie gehabt bei den manchen Netzteilen und die Garantieabwicklung war hier 1a reibungslos. Man hat gleich ein neues Netzteil gehabt und die laufen eigentlich jahrelang ohne dann Probleme dann. Genau, und eines davon habe ich jetzt bei mir in meinem PC laufen, ein 1000 Lot von FK, das auf Garantie ausgetauscht wurde und das läuft jetzt seit mindestens einem Jahr ohne Probleme und reibungslos. Gut, somit kommen wir zu einem Preis von knapp über 600 Euro ohne der Grafikkarte, die man jetzt derzeit wirklich nicht empfehlen kann. Bei diesem Bild würde ich dann im Prinzip, wenn die Grafikkarten wieder auf Lager sind, allgemein gesehen mindestens auf eine 3060 greifen, alternativ natürlich auch vielleicht eine 2070. Und im besten Fall natürlich, man kann upgraden, das ist jederzeit möglich, aber so die 3060er ist gerade bei diesem Bild für Games optimal. Ja, ich glaube. Wir haben sie aktuell nicht, sie ist nicht auf Lager, man bekommt sie nicht, aber sobald es möglich ist, wäre das. Genauso wenig wie die AMD Grafikkarten, das spielt da hier keine Rolle. Interessant wird das Ganze natürlich auch bei der Oberklasse PC-Hardware, auch hier wieder das Problem bis 1200 Euro. Bei dem Bild sollte man auch natürlich schon eine vernünftige Grafikkarte erwarten. Kann man derzeit auch nicht sonderlich empfehlen. Würde ich empfehlen, einfach in die Hardware jetzt zu investieren, die Grafikkarte dann nachträglich zu kaufen, vielleicht dann was ansparen und dann derzeit in die Hardware investieren, halt die 1200 Euro, was man hier hat. Hier haben wir dann schon ein Gehäuse auch von MSI, das Mac Vampiric. Tolles Gehäuse, 80 Euro. Wie gesagt, gab es jetzt ein Angebot von Amazon, ein ähnliches Gehäuse, jetzt um 50, 60 Euro. Auch hier kann man wieder 20 Euro circa einsparen, je nachdem wie schnell man das Ganze benötigt. Und natürlich, es kommt immer auf den Geschmack an, gerade bei Gehäusen ist es die Frage, möchte man ein Seitenfenster haben, möchte man, dass das Innenleben leuchtet. Also ich habe es gerne, wie gesagt, RGB-mäßig. Es gibt auch bestimmte Gehäuse, die sind ein bisschen günstiger, haben Top-Hardware drin, weil man halt sagt, es soll auf keinen Fall in der Nacht jemanden wachhalten. Was mich nicht stört, es kann ruhig leuchten, auch in der Nacht. Hauptsache es leuchtet. Ja, das CPU-Prozessor, der neue Ryzen 7 5800X. Hier wieder mal die Boxed-Variante, macht hier keinen Unterschied, ob es Boxed oder Traced, wie schon erwähnt. Und preislich kommen wir derzeit auf 450 Euro, was dem aktuellen UVP auch von AMD entspricht. Das heißt, hier kann man wirklich eine CPU bekommen, die dann auch preis-leistungsmäßig wirklich stimmig ist. Arbeitsspeicher gehen wir hier auf 32 GB rauf, von G-Skill zum Beispiel. G-Skill ist, soweit ich weiß, eine Firma von AMD, beziehungsweise eine Subfirma mittlerweile. Dürfte aufgekauft worden sein. Da müsste ich mich jetzt auch nochmal schlau machen, aber ich glaube, das war G-Skill. Es gab ein, zwei Firmen, die jetzt mit AMD quasi Labeling auch arbeiten. Bei 32 GB mit 3600 MHz kommen wir dann hier auf 155 Euro derzeit. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht viel falsch machen, das ist dann auch Geschmackssache. Wichtig ist hier auf die CL-Werte auch zu achten. Mit CL80 ist man hier im guten Mittelbereich. Mainboard Asus TUF Gaming Mainboard X570 Plus, ein Mainboard der Mittelklasse mit 200 Euro. Ich würde es jetzt gar nicht so sehr der Mittelklasse nennen, es ist eigentlich die Anfangs-Gaming-Serie. Asus hat schon immer mehrere Serien gehabt. Die beste Serie ist die ROG-Serie für Gaming. Dann haben wir die TUF und dann kommen die Standard-Serien. Und dementsprechend würde ich es weniger jetzt als, ich würde wirklich sagen, das ist so das, was Preis-Leistung derzeit am besten. Ja, ich glaube auch. Aber es gibt ja auch natürlich Mainboards, die gehen bis 1000 Euro rauf, die dann auch von der Platine her doppelt so dicke Platinen haben und sowas. Aber ob man das wirklich in der Leistung widerspiegelt, das ist, bei den Benchmarks merkt man das eigentlich kaum. Man kann es auch nicht wirklich merken. Das Mainboard ist zwar eine wichtige Komponente, im Endeffekt kommt es aber nur darauf an, wie das Gerät verbaut ist. Also auch, wie die Platine verlötet ist, wie die Komponenten da angereiht sind, welche Kühlung hinterlegt ist. Nur, wie gesagt, das TUF ist da eines der für Gamer geeigneten Mainboards. Ich würde natürlich auf ROG greifen, aber dementsprechend dann auch natürlich ein 100er mindestens hinblättern müssen, zusätzlich. Aber TUF. Ja, passt soweit. Gut, Grafikkarte, wie gesagt, die hat seit wegen Mining und Corona keine vernünftigen Preise, deshalb auch hier leer gelassen. Festplatte, auch noch eine relativ günstige Festplatte, Kingston A2000, NVMe-Festplatte mit 1TB, kostet derzeit knapp 105 Euro. Da braucht man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Hier handelt es sich ebenfalls, wie bei den anderen, um TCL-Chips. Das heißt, wir haben hier die TCL-Chips, wesentlich besseren als QLC-Chips, die auch wesentlich langlebiger sind und von der Performance her etwas schneller sind. Netzteil-mäßig gehen wir gleich weiter zur Corsa RM-Serie. Die 850er-Serie ist ein vollmodolares Netzteil mit Kabelmanagement, 80 plus Gold zertifiziert um 105 Euro. Hier hat man ein 850-Watt-Netzteil, was, glaube ich, ordentlich Leistung hat. Reicht vollkommen aus, sogar wenn man zwei Grafenkarten betreiben möchte, auch wenn es aktuell nicht mehr möglich ist. Ist es doch eine gute Sache. Genau, ja. Dann CPO-Kühler, gehen wir das ein bisschen im Schnelldurchlauf weiter, dass es nicht zu lange zieht. Der Be Quiet Dark Rock 4 Pro, das ist das, was ich mir vor kurzem statt meiner Wasserkühlung eingebaut habe. Man muss dazu sagen, das Gerät bringt sogar mehr Leistung als eine der Top-Wasserkühlungen derzeit am Markt. Und dementsprechend, auch wenn es ein großer Block ist, habe ich mir lieber das eingebaut, als eine neue Wasserkühlung, wo vielleicht ein Teil der Pumpe oder irgendwas defekt ist, was bei meinem Alten passiert ist. Auch wenn es lange gehalten hat, auch da können einzelne Teile kaputt gehen, der Radiator, die Pumpe. Und bei dem Kühler, wenn ein Lüfter eingeht, schlicht ihn aus. Ja, hier muss man auf jeden Fall immer achten, dass auch das Gehäuse mitspielt, damit der Block nicht übers Gehäuserand hinaus sieht. Was wir aber vorab geplant haben mit dem jeweiligen Gehäuse. Genau. Da habe ich auch darauf geachtet, bei den vorigen, dass ja, die Kühler nicht zu hoch sind, weil gerade bei dem ersten, den ich ausgesucht habe, den 2er Slim von Be Quiet, gerade der ist nicht zu hoch. Ja. Passt perfekt ins Gehäuse. Wunderbar. Damit kommen wir auf einen Gesamtpreis von derzeit knapp 1170 Euro ohne der Grafikkarte. Das heißt, hier kann man sich dann auch die nächsten Monate dazu nutzen, vielleicht für die Grafikkarte etwas auf die Seite zu legen. Und da fährt man sicherlich besser ein. Wer auf jeden Fall sagt, er hat Geld im Überfluss, kann sich natürlich ein High-End-PC auch jetzt noch kaufen, zahlt natürlich für alles einen Apothekerpreis, kann man das so nennen. Ich weiß nicht, ob es Apothekerpreis heißt, ich kenne die Redewendung nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man ein High-End-PC haben möchte, dann greift man in die Geldbörse und macht sich keine Sorgen, ob man da noch Geld überhat. Genau, ein Freund von uns hat das jetzt gerade eben gemacht, hat sich dann um 4.500 Euro einen neuen PC zusammenbauen lassen, der dann wirklich alle möglichen Spiele, alle möglichen Stückchen spielt, sagt man so. Auch alle möglichen Spiele, du hast schon recht. Wie gesagt, alle diese Produkte gibt es auf dem Blog-Eintrag auch zu finden, wo ihr die verlinkten Artikel auch habt, wo ihr das ganz bequem dann auch einkaufen könnt. Das sind Amazon-Affiliate-Links meistens, das heißt, hier kriegen wir dann auch eine kleine Provision in der Regel dann ab. Also, je nachdem, wenn euch dieses Video gefallen hat oder ihr einen Nutzen daraus teilt. Gehen wir dann weiter und schauen uns das Ganze an, wie das ist bei der High-End-PC-Hardware. Was haben wir da schönes rausgesucht? Das ist fast ein Asus-Bild geworden, zwar nicht komplett, weil es mangelster Verfügbarkeit mussten wir da einige Einschnitte machen. Zum Beispiel bei den Grafikkarten, eine Asus-Grafikkarte derzeit zu bekommen, von der aktuellen 3090er oder 3080er Serie, ist praktisch unmöglich. Natürlich außer auf Ebay-Auktionen. Und wie gesagt, davon würde ich auf jeden Fall abraten, weil auch diese Ebay-Auktionen bedeutet nicht immer, dass man wirklich eine Grafikkarte bekommt oder eine funktionierende. Und wenn, ist es dort schwer, wirklich garantietechnisch was auszutauschen. Genau, also beim Gehäuse haben wir jetzt auch ein Asus-Rockstrix-Gehäuse genommen, was echt cool aussieht, echt viele Features hat und passend. Das Helios-Gaming-Gehäuse ist eines der Gehäuse, die mir am besten gefallen. Nur Preis-Leistung möchte ich natürlich selber nicht so weit in die Tasche greifen. Da sind wir bei fast 300 Euro, ja. Genau, aber wenn man wirklich sagt, man möchte das Top-Gehäuse haben mit vorgefertigten RGBs, mit einem Tragegriff. Wobei, du hast schon Gehäuse auch gehabt, die 500 Euro gekostet haben. Ja, ich hatte ein, das war ein Thermaltake Level 10 Gehäuse, Vollmetall, hatte an sich schon mal 40 Kilo nur ohne Innereien und dementsprechend, ja, auch ich habe mal tief in die Tasche gegriffen, war leider dann doch ein Flop, aber zumindest für kurze Zeit. 40 Kilo? Ich weiß nicht, ob es sauschwer war, aber ich weiß nicht mehr. Ob es 40 sind, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber es war sehr schwer auf jeden Fall auch. Und mit der Hardware dann drinnen noch und mit Festplatten dann noch gefüllt, dann wird das schon sehr, sehr schwer. Das hat aber durch das Level 10 natürlich wirklich auch 10 Festplatten-Slots, also dementsprechend hätte ich das Gewicht natürlich hoch treiben können. Und wer die Festplatten kennt, weiß, dass sie schwer sind, vor allem im Paket. Damals. Heute sind sie leichter und haben kein Gemüter. Also wenn ich hier meine 12 Terabyte Festplatten im Paket nehme, sind ja gut, die nicht. Beim Prozessor gehen wir derzeit auf den Ryzen 9 5900X, hier können wir natürlich auf 559 auch gehen, dann sind wir beim Prozessor zwischen 900 Euro und beim 559er bei derzeit 1200 Euro, glaube ich war das, haben wir hier den 5900 mal hineingenommen als etwas die vernünftigere Wahl, trotz allem, dass wir hier im High-End-Segment sind bis 4500 Euro. Rams mäßig noch immer mit 32 Gigabyte, könnte man auch überlegen auf 64 Gigabyte zu gehen, hier natürlich mit besseren Timings als vorher, deshalb auch der höhere Preis. Timings sind auch sehr relevant, was auch die Geschwindigkeit widerspiegelt von den Zugriffszeiten zum RAM selbst natürlich. Auch hier natürlich mittlerweile auch die Möglichkeit, die RAM-Riegel mit RGB zu bekommen, dementsprechend, wenn man schon so ein Gehäuse hat. Das sind auch die RGBs mit Trident Z NIO. Das wusste ich, deswegen wurde ich es erwähnt. Ah, okay. Und gerade da kann man natürlich auch wieder variieren, wenn man sagt, man möchte ein Gehäuse ohne, auch High-End-Bereich, geht mittlerweile auch ohne RGB, aber wenn, dann richtig und zwar mit RAM und allem Möglichen. Okay. Der von mir ausgesuchte Wasserkühler später hat eine schöne RGB-Beleuchtung mit 220 Millimeter-Lüftern in RGB-Style. Okay, gehen wir weiter. Super. Mainboard Asus ROG Crosshair Series mit V8 Impact beginnt hier bei 350 Euro. Gibt es noch andere Mainboard-Editionen davon, die dann, glaube ich, bis zu 7,8 Euro hochgehen. Hier, wie gesagt, wirklich ein vernünftiges Preissetzungsverhältnis wieder genommen für die High-End-Modelle. Grafikkarte derzeit zu bekommen war noch die PNY GeForce RTX 3090, 24 GB RAM, leider keine Asus, selbst die kostet jetzt schon bei 2.000 Euro. Ich glaube, heute habe ich nochmal nachgecheckt, waren sie schon bei 2.200 Euro. Selbst die PNY wird kurz oder lang ausverkauft sein oder nicht mehr für den Preis zu haben sein. Das kann leider aufgrund des Videos auch schnell gehen, egal wann wir dieses Video hochladen, auch dann kann es natürlich sein, dass es bereits weg ist. Das kann innerhalb von Minuten gehen. Ich erinnere mich an den Release der neuen 30er-Serie, das war innerhalb von 2 Minuten weltweit ausverkauft. Ja, das ist halt so, derzeit leider. Festplatte Gigabyte Aorus Gen 4, PCI-Express 4 Festplatte mit 2 Terabyte, kostet derzeit 330 Euro. Hat natürlich ordentlich Leistung dahinter und kann man natürlich auch eine zweite dann einbauen. Das Megabyte bietet die Möglichkeit, mehrere M.2 NVMe-Festplatten zu installieren. Netzteil passend zum Gehäuse, Asus ROG Thor Netzteil, 850 Watt, 80 plus Platinum Netzteil. Mit OLED-Display und zeigt euch die jeweilige Wattanzahl im Gebrauch an. Ja, mit 220 Euro, auch nicht ganz billig, aber natürlich ein sehr feines Netzteil, das sich nahtlos in das Gehäuse integriert. CPU-Kühler, hast du da? Ich habe einen Asus ROG Strix LC240, wie vorher erwähnt. Eine Wasserkühlung? Eine Wasserkühlung, es ist eine in sich geschlossene IO-Kühlung. Das bedeutet, dass man praktisch keine Kenntnis braucht, um eine Wasserkühlung zu schrauben, zu schneiden, sondern wirklich ein vollgeschlossenes System direkt mitbekommt. Durch die 240 mm Radiatoren ist auch genug Abwärme möglich. Und aufgrund des RGB-Elements schaut das Ding natürlich dann dementsprechend mit dem Rest des Gehäuses einfach nur super. Ja, zum Abschluss, persönlicher Meinung, preislich, Grafikkarte ist derzeit zwischen 500 und 800 Euro zu teuer. Normal sollte sich die 3090er bei 1500, 1700 Euro bewegen. Es kommt darauf an, die 30, also allgemein gesehen, die 3090er ist jetzt eine Grafikkarte, die damals angepriesen wurde für einen Preis unter 1000 Euro von NVIDIA. Die 3090? Ah, nein, Entschuldigung. Nein, das war die 3080. Wie viel war die 3090? 1599, glaube ich. War das der offizielle Preis? Ja. Und jetzt aber auch? Naja, das ist preislich schon schlimm. Ja. Es ist definitiv so, dass die 3090er für einen Preis angeboten und verkauft wurde, der derzeit nicht mehr haltbar ist. Wir haben hier fast schon die doppelten Preise, was einen kompletten PC-Bild eigentlich fast unmöglich macht. Wenn man nicht wirklich dieses Geld hat und auch sagt, man möchte es einfach ausgeben, wenn man es jetzt haben möchte. Ich würde ein bisschen warten, bis die Preise sich normalisieren, bis man wieder Grafikkarten hat. Und dann würde ich auch die nehmen, die wirklich zu mir passt und die auch auf meinem Bild abliegen. Wie gesagt, Angebot und Nachfrage bestimmen dann auch den Preis immer wieder. Bei der CPU sieht das ganz ähnlich aus. Gerade die High-End-CPOs mit 900 Euro kriegt man im UVB ab 650 Euro, wenn der UVB-Preis mal erreicht wird. Derzeit muss man jetzt hier noch knapp 250 bis 350 Euro mehr draufzahlen, damit man dieselbe CPU kriegt, die man dann wahrscheinlich in ein paar Monaten zum UVB oder unter dem UVB zu haben steht. Bei dem Netzteil hingegen haben wir hier auch einen leichten Preisanstieg, der normalerweise sich bei 170 Euro bewegt. Sind wir jetzt bei 220 Euro, das heißt auch hier ist man 50 Euro drüber, aber wenn man gerade jetzt ein High-End-Gaming-PC will oder braucht, kann man damit glaube ich jetzt ganz gut fahren. Ja, und wenn man wirklich die neuesten Spiele spielen möchte, auf Maximum 4K, dann passt dieser Bild perfekt. Ich glaube für 8K ist das sogar noch nicht genügend Leistung, oder? Auch wenn Sie sagen 8K Gaming bei der 3090. Es war dasselbe damals mit der Generation zwischen Full-HD und 4K. Es war so, dass man am Anfang die 1080er dafür hatte. Die 1080er war angepriesen aus einer Grafiker, die sogar 4K schafft, war aber natürlich dadurch, dass es erst im Beginn der ganzen Phase war, zwar möglich 4K zu spielen, aber nur bei 30 FPS. Das ist ja das Problem. Ich würde jetzt hier auch nicht auf 8K gehen, sondern eher auf 4K. Es gibt auch noch kaum, ich meine, es gibt natürlich Monitore mit 8K, aber es gibt kaum welche, die man wirklich realistisch kaufen würde und bis das Ganze natürlich dann mit 8K ausgereift ist, gibt es auch noch die neuen Grafikkarten. Vor allem 8K Gaming-Monitore, die dann eine hohe Bildwiederholfrequenz haben, die das dann auch schaffen. Wir hatten das am Anfang bei dem 4K genauso. Mehr als, also unter 4MS ist damals nicht gegangen. Das war einfach nicht so möglich aufgrund der Panel und der Technologie. mittlerweile schaffen wir auch bei 4K schon 1MS und so gesehen. Aber die ganzen Gaming-Monitore mit 144Hz, 320Hz, was es da gibt, da gibt es glaube ich 8K mäßig, habe ich da jetzt noch nicht entdeckt, in dem Sinne. Wird sicher noch ein bisschen dauern, aber auch das kommt. Gut, soweit, so gut zu den ganzen Empfehlungen. Hast du noch irgendwas dazu anzumerken oder passt das auch soweit? Ich denke mal, wir haben ja vieles abgedeckt. Wir haben eigentlich fast alles abgedeckt. Alle 4 Bilds sind eigentlich dafür vorgesehen, dass Leute sich das raussuchen, was sie wirklich möchten, was sie wirklich brauchen und auch auf einen Preis zu kommen, den man sich jetzt einmal ohne schlechtes Gewissen leistet. Wie ist eure Meinung dazu? Hat euch dieses Video gefallen? Lasst einen Like da, vielleicht auch ein Abo, dass wir motiviert sind, auch weiter Videos zu machen natürlich. Sowas motiviert ungemein, gerade in der Anfangsphase, wenn wir hier einen neuen Channel starten. Kommentare dazu, zu den Bilds, irgendwelche Verbesserungsvorschläge sind immer herzlich willkommen. Es sind nur jetzige Momentanaufnahmen von den ganzen Sachen, die ändern sich tagtäglich. Und ja, ich glaube, das war es dann soweit von uns. Ich sage mal, bis dahin viel Spaß dann noch auf YouTube und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos bald wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.